Hallo, schönes Du und so was von herzlich willkommen zu einer neuen Joy-Bombs-Episode. Dein Podcast, wo mehr Freude im Leben. Mein Name ist Sophie Czerny, ich bin dein Host und ich freue mich so sehr, dass du wieder eingeschalten hast. Heute gibt es wieder eine ganz, ganz spezielle Folge für dich, nämlich es geht darum, was es braucht, wenn du neue Wege einschlagen möchtest. Und dazu kann ich dir gleich etwas aus meinem Leben erzählen. Ich bin heute wieder aufgewacht und war so, okay, es muss eine neue Wahl getroffen werden. Wie viele Joy-Bombs da draußen schon wissen, ist es in meinem Leben einfach so, dass ich ganz, ganz viele neue Sachen kreieren möchte und dass ich meine ganze Bewusstseinsarbeit, die ich hier mache, einfach viel mehr mit meinen Energien in Einklang bringen möchte, dass ich einfach es konkurrent haben möchte, dass ich mein Business konkurrent haben möchte, weil je mehr deine Energien mit dem, was du nach außen bringst, was du zum Ausdruck bringen möchtest, je mehr das stimmig ist, je mehr das im Einklang ist, je mehr es in Alignment ist oder konkurrent ist, wie auch immer du es nennen möchtest, umso lebendiger wirst du sein, umso mehr wird dir dein Business Spaß machen, dein Leben Spaß machen und wie eben viele wissen, beschäftige ich mich ganz, ganz viel gerade mit Energien und wie ich die Energien besser nutzen kann, die Energien, die für uns alle zur Verfügung stehen. Und ich merke einfach immer mehr, dass ich Dinge in meinem Leben aussortieren muss und wirklich über Bord schmeißen muss, damit eben Neues kreiert werden kann, damit ich einen neuen Weg gehen kann. Und das ist meine Einladung heute an dich, wenn du neue Wege gehen möchtest, dann braucht das Universum deine Unterstützung. Und das, was ich meine mit Unterstützung, nennt sich auch Stirb- und Werdeprozess. Mein ganz persönlicher Stirb- und Werdeprozess war gerade, dass ich die Wahl getroffen habe, meine Lizenz als 3-Tage-Körper-Facilitator zurückzugeben. Das bedeutet, wenn du noch einen 3-Tage-Körper-Kurs mit mir machen möchtest, ich facilitiere meinen letzten 3-Tage-Körper-Kurs mit der GITTI-WISA gemeinsam in Wien vom 13. bis zum 15. August. Der 15. August ist auch ein Feiertag in Österreich. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist. Und liebste Joyworm, du bist ganz herzlich eingeladen, bei meinem letzten 3-Tage-Körper-Kurs dabei zu sein. Ich liebe die Körperprozesse, ich liebe die ganzen Tools, ich liebe diesen Kurs, auch wenn es immer ein bisschen zwickt und wehtut, aber ich weiß einfach, dass danach noch geilere Sachen auf mich warten. Es ist immer so, es ist immer so. Es ist nur so, dass wenn man etwas loslässt oder wenn ich etwas loslasse, wenn ich irgendwo so eine Tür schließe, dann ist das immer so schmerzhaft und dann fühlt sich das immer so an, als würde irgendwie mein ganzes Leben und alles, was ich mir aufgebaut habe, irgendwie dem Bach hinuntergehen. Obwohl ich natürlich weiß, dass das einfach nur mein Verstand ist, der mich natürlich austricksen möchte und der mich da schön in meiner bequemen Komfortzone behalten möchte. Das ist mir natürlich klar und so wird es dir wahrscheinlich auch gehen, liebste Joyworm, wenn du schon mal so einen Stirb- und Werdeprozess erlebt hast. Das ist nicht immer lustig und es ist ein bisschen eine Talfahrt der Gefühle, aber das, was am Ende dabei rauskommt, ist immer geil und eigentlich noch geiler. Und ich bin schon sehr gespannt, wo da wieder mal die Reise hingeht. Ich schmeiße mich gerade in so viele neue, unbekannte Abenteuer, oft auch ohne so einen ganz konkreten Plan, wo jetzt die Reise hingeht, sondern einfach mal reinschmeißen und schauen, was dabei rauskommt. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn du mich auf meiner Reise begleitest. Und nochmal, ich kann jedem nur einen 3-Tage-Körperkurs empfehlen. Ich liebe die Körperprozesse, sie sind wirklich ein Wahnsinn. Sie haben auch mein Leben verändert. Sie haben mir so beigetragen, eine andere Beziehung zu meinem Körper zu haben, dass ich ihn weniger bewerte, dass ich nicht im Vergleich bin mit anderen Menschen die ganze Zeit und deren Körper, sondern dass ich meinen Körper viel mehr annehmen kann. Und dass du das erlebst, das wünsche ich auch dir, liebste Joyworm. Also sei dabei beim 3-Tage-Körperkurs und feier mit mir die Party, die Party der Veränderung, die Party der Transformation, die Party des Stirb- und Werdeprozesses. So, und jetzt lass mich näher auf diesen Stirb- und Werdeprozess eingehen. Es gab einen Stirb- und Werdeprozess und das ist der Prozess, warum wir alle da sind. Es gab eines Tages mal vor vielen, vielen Jahren den Urknall. Yay! Da hat es einfach mal so fett Bumm gemacht im Universum. Und dadurch kam es zu der Schöpfung. Und aus der Schöpfung heraus kommt es wieder zu einer Zerstörung, weil wir Menschen ganz gut darin sind, diesen Planeten zu zerstören. Ich würde mir jetzt aber wünschen, dass wir den Prozess noch irgendwie aufhalten können, aber schauen wir mal. Aber vielleicht zerstört die Erde auch einfach mal uns, damit der Planet einfach weiter existieren kann. Hm, es bleibt spannend. Ich glaube, das werde ich nicht mehr ganz miterleben. Vielleicht doch. Schauen wir mal. Aber anyway, was möchte ich denn damit sagen? Also Fakt ist, dass einfach nichts Neues entstehen kann, wenn Altes nicht zerstört wird. So, das betrifft jetzt den Urknall und die Schöpfung. Und genauso betrifft es aber auch deine limitierenden Gedanken, deine Emotionen, deine Vorstellungen vom Leben, die ganzen Persönlichkeiten, die du aufgebaut hast, Dinge, über die du dich identifizierst. Also ich hatte ja auch in einer anderen Folge erwähnt, dass ich mich so ganz stark definiert habe als Bewusstseinscoach und dass ich dadurch mich eigentlich wenig verletzlich zeigen konnte, weil ich ja diese Rolle so bedient habe. Also die Rolle war dann in meiner Vorstellung so, ja, es muss ja in meinem Leben alles rundlaufen und ich muss auch den Menschen erzählen, dass alles in meinem Leben rundläuft und dass ich immer auf alles einen klugen Spruch habe. So, wenn du diese Rollen bedienst, wenn du diese Persönlichkeiten bedienst, kannst du natürlich nichts Neues kreieren. Es wird kein Wachstum geben, es wird keine neuen Herausforderungen geben und du bist natürlich auch immer der Effekt von außen, also von sämtlichen Reizen, die im Außen kommen. Das heißt, als ich mir zum Beispiel eingestehen musste, dass diese Beziehung nicht mehr funktioniert, ich mich aber sehr darüber definiert habe. Ich als Bewusstseinscoach habe ja dann quasi versagt, wenn ich meine Beziehung nicht retten kann. Das waren ja alles so Gedankenmuster, die ich hatte und das waren alles Rollen und Identifikationen, die ich hatte. Und diese Rollen muss sich ja loslassen, diese Identifikationen muss sich loslassen, damit etwas Neues kreiert werden kann, damit ich eben, ja, jetzt nicht in einer Beziehung bin und damit ich mich jetzt noch mehr selbst entdecken kann und so weiter und so fort. Also, liebste Joybomb, ich glaube, du merkst schon, worauf ich hier hinaus möchte. Oder ein gutes Beispiel ist eben auch, warum ich meine Sprich mit den Entitäten Lizenz zurückgegeben habe, warum ich jetzt die Lizenz für den 3-Tage-Körperkurs zurückgebe. Ist ja auch etwas, weil ich merke, ich kann dann nichts Neues kreieren. Es kann dann nicht das entstehen, was ich wirklich kreieren möchte. Es kann nicht das entstehen, was ich wirklich Neues in die Welt bringen möchte. Und da musste ich lernen, okay, ich muss Türen schließen, ich muss etwas sterben lassen, damit ich etwas Neues kreieren kann. Weil ich kann einfach nicht alles bedienen. Ich kann nicht alle Türen offen lassen. Das wird nicht funktionieren. Irgendwo muss man mal eine Richtung einschlagen, in die es geht. Und was ich dir heute mitgeben möchte, es ist so eine Transformation von innen heraus. Es ist so eine Wahl, die man in sich drinnen trifft. Okay, ich lasse jetzt los von dieser Persönlichkeit. Ich lasse jetzt los von dieser Identifikation. Und gerade wieder beim 3-Tage-Körper-Fazilitäter war das für mich so unangenehm, weil du musst dir vorstellen, ich glaube, ich habe fast drei Jahre daran gearbeitet, überhaupt 3-Tage-Körper-Fazilitäter sein zu können. Ich habe 67 Kurse facilitieren müssen, musste selber Kurse besuchen, um überhaupt diese Lizenz zu bekommen. So, und jetzt bin ich gerade mal ein Jahr 3-Tage-Körper-Fazilitäter und jetzt lasse ich diese Lizenz einfach flöten gehen. Und diese Wahl zu treffen, war super unangenehm. Also das hat in mir solche Schmerzen hervorgerufen, also solche innerlichen Schmerzen. Und klar, das sind dann auch die Momente, wo mir die Tränen in die Augen kommen und wo ich dann auch mal losheule und mir denke, oh mein Gott, mache ich gerade den schlimmsten Fehler meines Lebens? Wird mein Leben jetzt den Bach runtergehen? Schmeiße ich jetzt alles weg, was ich irgendwie mir aufgebaut habe? Und du weißt, das ist der Verstand. Und ich wusste auch, okay, das ist jetzt wieder mein Verstand. Mein Verstand schaltet sich jetzt ein und sagt, das ist die dümmste Wahl, die du treffen kannst. Und du weißt aber, okay, wenn ich diese Wahl treffe, dann wird es mir urviel Lebensenergie geben. Dann wird es urgut werden. Es wird ursuper sein. Ich werde mich voll befreit fühlen. Und das sind diese Stirb- und Werdeprozesse. Und dieser Schmerz, der dann hochkommt, das ist das, wo du durch musst. Weil es ist einzig und allein entscheidend, wie du mit diesem Schmerz umgehen wirst. Viele wollen diesen Schmerz nicht haben. Und deswegen tun sie sich so schwer, Türen zu schließen. Und deswegen tun sich so viele Menschen schwer, den Stirb- und Werdeprozess zu durchleben. Weil da ein Schmerz hochkommt. Und wichtig ist, dass du auf dieser Reise für dich anerkennst, okay, das ist ein natürlicher Prozess. Den muss ich jetzt einfach akzeptieren. Dass es für deine innere Transformation unvermeidbar ist. Es ist wichtig, dass du hier weißt, okay, da musst du durch. Und was wir oft machen ist, dass wir genau gegen diesen Schmerz Widerstand leisten. Das macht dann die ganze Sache noch schwieriger. Das ist dann auch da, wo wir in einer Mangelfrequenz sind. Das ist da, wo wir keine Türen schließen, sodass sich neue Dinge verwirklichen können. Und wo du vielleicht auch eine Art von Stillstand in deinem Leben erfährst. Also wenn du irgendwo einen Stillstand auch in deinem Leben hast, sei es jetzt in deinem Business, sei es generell in deinem Leben mehr, dann kann es auch daran liegen, dass es Zeit ist, neue Wege einzuschlagen und du dafür irgendetwas gehen lassen musst. Sei es jetzt ein Mensch, sei es eine Beziehung, sei es eben irgendetwas im Business, irgendwelche Titel, an denen du dich aufhängst, sei es limitierende Gedanken, die du hast, oder irgendwelche Emotionen oder irgendwelche Idealvorstellungen, irgendeine Persönlichkeit, die du spielst. Also das können so, so viele Sachen sein. Und worum ich dich hier bitten würde, ist, dass du auch von dieser Illusion loslässt, dass alles im Leben immer angenehm sein muss. Ich weiß, die meisten Joybombs da draußen kennen dieses Leicht-und-Schwert-Tool und ich habe ja dazu mal eine eigene Folge gemacht, wo ich das auch erkläre, dass das Leicht-und-Schwert-Tool nicht zu verwenden ist bei einer Wahl. Weil wenn du eben eine Wahl triffst, die einen Stirb-und-Werdeprozess einleitet, dann ist das nie leicht. Ich sage immer nur, du kannst Leichtigkeit mit den Dingen haben. Wenn du sie erkennst und wenn du bewusst drauf schaust, ah, das ist ein Stirb-und-Werdeprozess, ah, das ist jetzt natürlich, dass ich jetzt Schmerzen erfahre, dass ich jetzt vielleicht mal heulen muss, und wenn du das dir bewusst machst, dann hast du eine Leichtigkeit. Und viele, die ich kenne, verwenden das Leicht-Tool nur für fühlt sich's angenehm oder unangenehm an. Dafür ist das Tool aber wirklich gar nicht da. Und wenn du das Tool noch nicht kennst oder wenn du gerade nicht weißt, wovon ich hier spreche oder wie man das Tool richtig anwendet, dann bitte schau auf meiner Webseite nochmal unter Staffel 1, Leicht-und-Schwert-Tool. Es war die Episode 26. Sie war eine der ersten Folgen, aber sie hat immer noch Gültigkeit. In der letzten Episode zum Beispiel habe ich ja darüber gesprochen, über diese Verletzlichkeit und was mein Posting ausgelöst hat, wo ich mich verletzlich gezeigt habe. Das ist eben, wenn du durch so einen Stirb-und-Werdeprozess gehst, da ist diese Verletzlichkeit da. Und nur da, wo du diese Verletzlichkeit mit dir selbst hast, wo du wirklich ehrlich hinschaust, wie die Dinge sind, da, wo du wirklich für dich selbst erkennst, okay, da spiele ich eine Rolle, da spiele ich ein Image, da spiele ich dies, da spiele ich jenes. Wenn du das erkennst oder wenn du auch erkennst, was für dich einfach nicht mehr funktioniert und da wirklich scheiß ehrlich zu dir selber bist, da entsteht eine Intimität. Und diese Intimität suchen wir so oft im Außen. Wir hätten so gerne Intimität mit anderen Menschen. Nur du musst anfangen mal bei dir selber. Du musst anfangen selber diese Verletzlichkeit mit dir zu haben. Du musst als allererstes wirklich diese ganzen Gedankenmuster erkennen bei dir, deine Vorstellungen, deine Persönlichkeiten, die du hast. All das musst du mal bei dir erkennen. Weil nur dann kannst du diese Dinge loslassen und nur dann kann Neues entstehen. Zum Beispiel, wenn du denkst, oh, ich werde niemals ein Millionär sein, dann ist das ein Gedankenmuster, das du hast. Und wenn du dieses Gedankenmuster immer und wie immer wieder fährst und immer wieder im Mangel mit Geld bist, dann kreiert es ja genau das, dass du das Geld nie haben wirst, dass du nie ein Millionär sein kannst. Und da könntest du einen Stirb- und Werdeprozess einleiten einleiten und sagen, okay, diese limitierenden Gedanken lasse ich jetzt einfach gehen. Ich weiß, ich kann ein Millionär sein, weil jeder kann ein Millionär sein. Und dann kannst du natürlich dich hinterfragen, woher habe ich denn eigentlich diese Gedanken? Habe ich die jemanden abgekauft? Habe ich sie der Gesellschaft abgekauft? Glaube ich selber nicht an mich, was auch immer es ist, aber lass von dem los. Und das ist ein Stirb- und Werdeprozess. Und es ist nicht schwieriger, als es zu erkennen, ah, okay, da bin ich limitiert, da habe ich eben eine Identifikation, da definiere ich mich über etwas. Und dann, wenn du das erkannt hast, triffst du einfach eine neue Wahl. Okay, ich erlaube mir jetzt, die Energie von einem Millionär zu sein. Ich habe zwar noch keine Millionen, aber ich wähle jetzt einfach mal, ein Millionär zu sein. Du wirst mehr und mehr anfangen, die Energie eines Millionärs zu integrieren. Du wirst vielleicht anfangen, andere Kleidung zu tragen. Du wirst anfangen, größer zu denken. Du wirst kreativer werden. Du wirst aufgeschlossener werden, weil du die Möglichkeiten nicht mehr ausschließt. Und das ist ein Stirb- und Werdeprozess. Und das kannst einfach du immer wieder für dich wählen und immer wieder für dich einleiten, dieses Stirb- und Werdeprozess. Und ich hatte ja auch eine Episode gemacht zum Thema Rollen. Welche Rollen spielst du? Da bin ich ganz genau auf das Thema eingegangen. Die kannst du dir auch noch mal anhören oder nachhören, wenn du sie noch gar nicht gehört hast. Da teile ich einfach pragmatische Tools, wie du überhaupt erkennst, in welchen Rollen du drinnen bist. Und dann kannst du ein Stirb- und Werdeprozess mit diesen Rollen machen. Und du wirst merken, du wirst leichter neue Wege einschlagen können. Und es ist mehr denn je die Zeit, dass du deinen eigenen Weg gehst. Diese Folge soll dir einfach beitragen, dir klarzumachen, was du brauchst, um neue Wege einzuschlagen. Und ja, da muss man Identifikationen loslassen, sehr, sehr viele Dinge loslassen, vielleicht sogar Menschen loslassen. Ja, es wird mal wieder schmerzhaft, aber danach wird es umso geiler. In diesem Sinne, liebste Joybomb, ich freue mich, wenn wir uns in Wien sehen, bei meinem letzten 3-Tage-Körperkurs, den ich facilitiere mit der Gitti Visa. Wir haben eine wunderschöne Location im 7. Bezirk, ein wunderbares Yoga-Studio. Der 7. Bezirk ist ein wunderschöner Bezirk mit ganz, ganz vielen kleinen Boutiquen und Geschäften. Wird dir sehr, sehr gut gefallen, wenn du von irgendwo anreisen solltest. Und wie immer, du weißt jetzt, was kommt, liebste Joybomb, zünde die Joybomb und lebe deine Freude. und lebe deine Freude.